und verdammt na gut gut, jetzt kommt es oh fuck oh, ich muss noch etwas erledigen äh, lol ein Sumoid können wir nur unser Haus stellen so, ich suche jetzt noch etwas wenn ihr es gefunden habt, dann welches schon wissen wow, das war knapp fast bin ich in den Schluss gefallen oh man normalerweise finde ich es zufällig aber wenn ich danach suche, dann könnte es vielleicht lange dauern vielleicht, vielleicht auch nicht oh, kack Sound was ist denn das für eine behinderte Stelle und hier soll ein Haus stehen oh, toll oh cool, noch nie ja, die Taschen sind frei tauschen bam und, kleines Wort soll der Kaiserschnapper verkauft 3000 Sternis oder ähm gestiftet das Museum ne, das lasse ich erstmal ne, ich verkaufe den, ich will mein Haus abbezahlen aha seht ihr das? das ist kein Grafik-Bug denn wenn ich jetzt äh jetzt gehe aus zu spiel zu spiel zu spiel ja, wir spielen gleich mit dem Fußball so, so tausend Sternis ja, dann zacken sind voll trauschen wenn ich jetzt wieder vergraben würde, dann hätte ich mich hätten wir einen Geldbaum wirklich, jetzt sind wir erst so jetzt vergraben und oh, ein goldener Baum was könnte da wohl sein wir wissen es nicht oh, wow Fußball wow ich hab den mal im Stadtbrunnen versenkt im Wunschbrunnen nicht Stadtbrunnen so, du Penner jetzt kriegst du was zum Kauf verkaufen ja ja, ich hab' sehr viel nein 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 wo ist es der Knopf? ja, es ist der Knopf und ja, es können verkaufen, was, was, was erstmal gucken, wie viel das alles bringt und? wo wächst so stellen es mhm 2000 ständig ist mehr und wir haben unser Haus abbezahlt so nein da ok los nicht piepen PC oh, 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 oh warte man, den hab ich bestimmt schon geglaubt, egal wir gehen auf die andere Seite der Stadt oh, 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 oh naja, erstmal gucken, wo die Brücke ist oh, cool, ich hab sie nicht was zum Teufel, nur eine Brücke? ist ja richtig behindert voll die beschissene Stadt oh, cool, ein Fisch und wow los, weiß an weiß an, weiß an, ich will dich haben was? was? so, ok, jetzt jetzt, wenn es jetzt nicht klappt, hey was ist das für dummer Fischer, bis zum Grad die Führer oder was? komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, und, und? jawoll das ist ein riesiger Barsch ein Flussbarsch 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 ist, glaub ich, der größte, äh, normale Barsch der nicht im See liegt, äh, im Ozean da, jetzt runter ah, ne, dann hat die Flutsche auch schon geklappt, oder? testen testen ja, hab ich hab ich's noch closed so, am Strand entlang gehen, um zu gucken, ob da Fische sind und dann auf die andere Seite, um zu dingsen um Dingspups zu dingsen um nach Stein zu gucken da ich das ich das 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 Vielen Dank.